Musik Where is the airport? Wo ist der Flughafen? Wo ist der Flughafen? In the building. Where is the check-in counter? Wo ist der Check-in-Schalter? Wo ist der Check-in-Schalter? What is my gate number? Welche Nummer hat mein gate? Welche Nummer hat mein gate? My flight was cancelled. Mein Flug wurde gestrichen. Mein Flug wurde gestrichen. I need a taxi. Ich brauche ein taxi. Ich brauche ein taxi. Will the flight be on time? Ist der Flug pünktlich? Is der Flug pünktlich? Announcements This flight is delayed. Der Flug ist verspätet. Bitte halten Sie Ihre Bordkarte bereit. Bitte halten Sie Ihre Bordkarte bereit. Bitte halten Sie sich an. Bitte halten Sie sich an. Wir bitten alle Passagiere an Bord. Wir bitten alle Passagiere an Bord. Wir bitten alle Passagiere an Bord. Dies ist ein Inlandsflug. Dies ist ein Inlandsflug. Tickets and documents. Kann ich Ihre Bordkarte sehen? Kann ich Ihre Bordkarte sehen? Haben Sie ein Visum? Bitte öffnen Sie Ihren Reisepass. Bitte öffnen Sie Ihren Reisepass. Can I change my seat? Kann ich meinen Sitzplatz ändern? Kann ich meinen Sitzplatz ändern? I booked my ticket online. Ich habe mein Flugticket online gebucht. Ich habe mein Flugticket online gebucht. I checked in online already. Ich habe bereits online eingecheckt. Ich habe bereits online eingecheckt. Luggage and bags. Ich muss meinen Koffer einchecken. Ich muss meinen Koffer einchecken. Ihr Koffer ist zu schwer. Ihr Koffer ist zu schwer. Das ist mein Handgepäck. Das ist mein Handgepäck. Das ist mein Handgepäck. My bags have not arrived. Mein Gepäck ist nicht angekommen. Mein Gepäck ist nicht angekommen. Wo sind die Gepäckwägen? Wo sind die Gepäckwägen? Do you have electronics in your bags? Haben Sie elektronische Geräte in Ihren Taschen? Haben Sie elektronische Geräte in Ihren Taschen? Das ist all for todays video. I hope you enjoyed it and that it was helpful. See you soon. Ciao kakao! Please feel free to leave a comment on whatever video you would like to see in the future and what you would like to learn. If you would like to see more videos like this in the future, please subscribe. And don't forget to like and share.